In diesem Video möchte ich Ihnen das 8 Zoll Tablet Telekom Pulse vorstellen. Damit erhalten Sie Zugriff auf Ihren Entered-In-Media-Receiver, auf Ihr Smart Home, auf Ihre E-Mails, auf Ihre Telefonlisten, auf Ihren Anrufbeantworter und viele weitere Telekom-Produkte. Das Telekom Pulse hat ein 20,3 cm, also 8 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln und 16,7 mm Farben. Das Gerät mit einem 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor ist aber auch besonders schnell für die ganzen Apps, die drauf sind. Es ist erhältlich in der Farbe Weiß, so wie hier letztlich zu sehen. An der Vorderseite sehen wir hier eine 2 Megapixel Frontkamera für Selfies oder auch für Videotelefonie. Auf der Rückseite ist die Hauptkamera mit 5 Megapixel für Fotos unterwegs oder zu Hause. An der Oberseite des Telekom Pulse hier einmal das Mikrofon für Sprachaufnahmen oder Telefonie. Dann hier einmal der Klinkenstecker für Kopfhörer und der Micro-USB-Stecker zum Aufladen des Tablets. Zum Lieferumfang gehört ein Ladekabel und ein 2 Ampere Netzteil, also zum besonders schnellen Laden. An der Seite des Tablets hier einmal der Ein- und Ausschalter und die Lautstärkeregelung. Auf der Rückseite haben wir hier noch den Lautsprecher des Gerätes. Und hier oben sieht man noch den Micro-SD-Kartenslot. Das Tablet selbst hat 16 GB Internspeicher und per Micro-SD-Karte kann es um 32 GB erweitert werden. Der Arbeitsspeicher vom Pulse ist 1 GB. Ansonsten läuft das Ganze mit Android 5.0 Lollipop. So, ich möchte das Telekom Pulse jetzt in Betrieb nehmen, entferne hier einmal die Schutzfolie und schalte das Gerät hier oben einmal ein. Dazu halte ich jetzt kurz gedrückt den Einschalter und damit startet das Tablet auch schon und beginnt in Kürze dann auch mit der Ersteinrichtung. So, wir sehen hier einmal zum Start das Telekom-Logo. Jetzt startet sich das Tablet. Zunächst muss ich hier einmal die Sprache wählen, in dem Fall das Deutsch OK. Ich gebe dann hier die WLANs zum Einrichten, das mache ich jetzt einmal in Kürze. So, meinen WLAN-Schlüssel habe ich jetzt reingegeben und sage jetzt hier einmal verbinden. Verbindung wird hergestellt, Verbindung steht und jetzt kann ich auch die Einrichtung weiterführen. Er macht jetzt automatisch ein Software-Update oder prüft, ob Updates verfügbar sind, damit Ihr Tablet immer auf dem aktuellsten Sicherheitsstandard ist. Und im nächsten Schritt muss ich jetzt hier mein Google-Konto eintragen. So, ich habe hier mein Google-Konto, was ich schon vom Smartphone habe, eingegeben. Das Ganze geht aber auch ohne Google-Konto, also Sie müssen sich das nicht zwingend einrichten. Wenn Sie das nicht möchten, hätten Sie den Schritt eben auch überspringen können. Wenn Sie bereits andere Android-Geräte nutzen, hätten Sie hier auch anhand einer Sicherung sich das Ganze wieder herstellen können, zum Beispiel von einem anderen vorhandenen Tablet. In dem Fall sage ich hier, ich möchte das Telekom Pulse als neues Gerät einrichten. Hier in diesem Schritt können Sie festlegen, ob Updates automatisch installiert werden sollen, um immer auf dem sichersten Stand zu sein und ob Sie irgendwie App-Empfehlungen haben möchten. Ich gehe hier einmal weiter. Und um Zugriff auf alle Ihre Telekom-Dienste zu bekommen, also auf Ihren Telekom-Festnetzanschluss, auf Ihr Smart Home, auf Ihren Media Receiver etc., können Sie sich hier direkt mit Ihrem Telekom-Festnetz-Login einloggen. So, ich habe jetzt meine E-Mail-Adresse und mein Kennwort eingegeben für das Telekom-Festnetz-Login und jetzt ist die Einrichtung letztlich abgeschlossen. Um Ihnen die ganzen Funktionen des Pulse noch zu zeigen, hat die Telekom hier auch noch ein Video, nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist. Schön, dass Sie sich für ein Telekom-Pulse entschieden haben. Ich zeige Ihnen nun, wie einfach es zu bedienen ist und wie Sie Ihr Pulse-Termit ganz nach Ihren Wünschen einrichten können. So, nachdem ich mir das Einführungsmenü angeschaut habe, kann ich jetzt mit Jetzt starten in das Startmenü des Telekom-Pulse wechseln. Das Ganze geht natürlich auch im Querformat und dann sind die Kacheln halt anders angeordnet. Hier auf der Übersichtsseite finden Sie einige vorausgegrillte Apps, wie zum Beispiel hier die Online-Nachrichten oder auch Entertain, was aktuell im Fernsehen läuft. Sie können diese Kacheln für die Telekom-Anwendung auch beliebig umsortieren, indem Sie gedrückt halten und dann die Stelle schieben, wo Sie es haben möchten. Sie können sie auch gedrückt halten und nach oben wegschieben. Dann ist dieser Platz jetzt leer. Ich könnte jetzt hier einmal gedrückt halten und mir eine der zahlreichen anderen Apps hinzufügen, hinzufügen, zum Beispiel hier das Telekom-Medien-Center. Halte ich jetzt einmal gedrückt und schiebe sie mir an dieser Stelle. Also wie gesagt, dieser Screen ist beliebig einrichtbar nach Ihren Bedürfnissen. Sie können hier nochmal durchblättern mit weiteren Funktionen. Hier hinten gibt es nochmal verschiedene andere Apps, wie zum Beispiel die HomeTalk-App, um Ihren Telekom-IP-Anschluss zu nutzen. Das Kunden-Center, ein Kindermodus. Also das Tablet ist für die gesamte Familie geeignet. Mit der HomeTalk-App der Telekom machen Sie aus Ihrem Tablet sogar noch ein Telefon zum Freisprechen. Ich gehe jetzt hier auf die einmalige Einrichtung. So, nachdem ich die HomeTalk-App hier eingerichtet habe, stehen mir hier verschiedene Funktionen zur Verfügung. Zu einem mal die Anrufliste, die ist jetzt leer, weil ich bisher die App nicht genutzt habe. Ich habe hier die Tastatur, um eine Rufnummer einzugeben, um mit dem Telekom-Puls zu telefonieren. Lässt sich über Mikrofon und Lautsprecher als Freisprechtelefon. Ich habe hier meine Kontakte, die er sich aus dem Telekom-Speedport-Hybrid-Router zieht. Und ich habe hier in den Einstellungen, kann ich noch auswählen, über welche meiner Rufnummern vom IP-Anschluss ich abgehend telefonieren möchte. Ich kann hier noch eine Sperrliste aktivieren und andere Funktionen nutzen. Ja, wenn ich zurückgehe, nachdem ich die App jetzt einmal eingerichtet habe, sieht die Kachel etwas anders aus. Ich habe hier einen grünen Button und den Hinweis, keine Anrufe. Wäre jetzt Anrufe in Abwesenheit gewesen, würde er mir die hier anzeigen, auch mit dem Icon, wie viele Anrufe in Abwesenheit. Und dann könnte ich das hier in der Home-Talk-App alles einsehen. Hier steht mir die Sprachbox Pro zur Verfügung, also der digitale Anrufbeantworter im Netz der Telekom. Ich gehe jetzt hier in die erstmalige Einrichtung und hier kriege ich ein paar Hilfe-Funktionen, Begrüßungstext und so weiter. So, ich bin jetzt hier in der Sprachbox Pro eingeloggt mit meinem T-Online- oder Telekom-Festnetz-Account. Ich habe jetzt hier verschiedene Funktionen an der Seite. Zum einen mal Nachrichten, das sind also die ganzen Nachrichten, die in den letzten Tagen hinterlassen wurden. Ich sehe jetzt hier an dem Symbol 1, dass eine neue Nachricht dabei ist, die ich bisher nicht angehört habe. Ich könnte hier eine persönliche Begrüßung für meinen Anrufbeantworter einrichten. Ich habe hier verschiedene Einstellungen wie Rufumleitung, dass ich sagen kann, sofort Rufumleitung auf mein Handy oder nach 20 Sekunden oder bei besetzt. Und hier noch verschiedene weitere Informationen zur Sprachbox, Hilfe, zur Einrichtung und so weiter. Wie gesagt, das ist der digitale Anrufbeantworter im Netz der Telekom. Einen physischen Anrufbeantworter brauchen Sie damit faktisch nicht mehr. Nachdem ich die Sprachbox einmal eingerichtet habe, auch hier auf meinem Home-Screen, sehe ich jetzt hier eine neue Nachricht inklusive der Rufnummer. Ich kann hier dann auch scrollen und sehe dann hier die verschiedenen Anrufe und kann dann auch direkt auf den Anruf draufgehen, um mir die Nachricht nochmal anzuhören. So, wir haben hier auch noch die Entertain-Kachel. Dort läuft das aktuelle Fernsehprogramm durch. Da könnte ich mir die Fernsehzeitschrift wechseln oder hier über diesen Button auf die Entertain Remote Control, also die digitale Fernbedienung. Als erstmalig genutzt wird, muss ich jetzt das Ganze einmal verbinden mit meinem Entertain Media Receiver. Ich gehe jetzt hier auf Verbinden. Das Puls sucht jetzt den Media Receiver innerhalb meines Netzwerkes. So, und falls ich die Remote Control von Enterhand bisher nicht genutzt habe oder mobile Geräte, muss ich das zunächst einmal im Media Receiver aktivieren. Ich gehe hier in der Fernbedienung einmal auf die Menü-Taste, blättere einmal durch, bis ich oben auf den Punkt Einstellungen komme, drücke einmal OK, blättere jetzt hier durch auf den Punkt Media Receiver, oder mobile Geräte verbinden und sage hier Verbindung an. So, ich habe jetzt hier, mein Puls hat jetzt zwei Media Receiver gefunden, einmal mein Zweitgerät und hier einmal mein Gerät in meinem Wohnzimmer. Und jetzt sage ich hier Gerät verbinden. Verbindung ist erfolgreich. Und ich habe jetzt hier die Bedienung. Ich kann jetzt hier die Sender schalten. Und jetzt wechselt er im Hintergrund. Ich könnte hier die Lautstärke regeln, die man oben am Fernseher sieht. Ich habe es jetzt nur auf lautlos, damit Sie mich verstehen können. Also die einfachen Bedienungen. Ich kann den Media Receiver hier ausschalten. oder auch wieder einschalten. Alles das hier über mein Telekom Puls-Tablet. Neben der Entertained Remote Control App, die ich hier jederzeit mir einwenden und auch wieder zumachen kann, gibt es hier unten noch eine Entertained Kachel, die ich mir eingerichtet habe. Da werden mir Film- und Sendungsempfehlungen ausgesprochen. Und wenn mich das irgendwas interessiert, was er mir hier vorschlägt, kann ich einmal draufklicken. Und dann wird automatisch im Hintergrund der Sender umgeschaltet. Und dann kann ich das Ganze jetzt gucken. Zusätzlich gibt es natürlich auch die normale Entertained App oder den Programmanager. Den habe ich jetzt hier schon fertig eingerichtet mit meinem Account. Da habe ich mich eingeloggt vorher. Das heißt, ich habe hier Zugriff auf Entertained2go. Ich habe hier Zugriff auf die digitale Programmzeitschrift. Das ist so die Hauptübersicht. Gucken, was kommt denn morgen so im Fernsehen. Das wird mir empfohlen. Wenn ich da irgendwas aufnehmen will, kann ich da reingehen, kann mir hier nochmal Text durchlesen und sagen, ich möchte diese Sendung aufnehmen. Und damit ist die jetzt auf meinem Media Receiver auch programmiert und wird dann morgen aufgenommen. Ich habe hier oben links noch das Menü. Neben der Programmübersicht und den weiteren Sachen. Also hier ist nochmal die Programmübersicht gleich nach Uhrzeiten und nach Sendern gegliedert. Ich kann hier beliebig mir alles anschauen, also eine digitale Programmzeitschrift. Gibt es hier auch noch die Videothek, wo ich mir kostenpflichtig Top-Blockbuster ausleihen kann. Oder hier unten gibt es noch die Aufnahmen, die sich bereits auf meinem Media Receiver befinden, die ich hier auch verwalten kann oder löschen kann. Also jetzt greift er auf meinem Media Receiver zu und zeigt mir, welche Sendung ich bereits gespeichert habe. Also mit dem Telekom Puls können Sie Ihren Media Receiver besonders einfach vom Sofa aussteuern. Hier oben habe ich die Telekom Mail App, da sehe ich auch unten direkt hier eine Mail drin ist. Wenn hier mehrere wären, könnte ich auch durchblättern. Ich kann entweder direkt in die Mail reinspringen oder gehe hier in das normale Postfach, habe hier beim Posteingang Entwürfe, gelöschte Elemente. Also kann ganz normal hier E-Mails schreiben, empfangen, ohne meinen Computer anzuschalten. Also auch das sehr einfach über das Puls. Ich möchte Ihnen hier die Smart Home Funktion zeigen, zusammen mit der Smart Home Base, die ich installiert habe. Ich habe hier schon die Einrichtung mit meinem Login vorgenommen. Ich kann hier jetzt zum einen die Situation schalten, anwesend oder abwesend, also ob Alarmsystem an oder aus ist. Oder wenn ich oben links auf Smart Home klicke, dann gelange ich in die App, die entsprechend eingerichtet ist. Ich habe hier zum Beispiel meine Situation, da kann ich zum Beispiel sagen, wann Licht wo angeschaltet werden soll. Oder ich habe hier meine Smart Home Fernbedienung mit den verschiedenen Räumen. Ich sehe zum Beispiel im Bad, der Wassermelder ist trocken und das Fenster ist zu. Oder hier, ich bin jetzt im Garten, ich gehe jetzt hier auf meine Netzwerkkamera, um zu gucken, was im Garten gerade los ist. Man sieht hier mit Restlichtverstärkung alles in Ordnung. Ich kann mit meiner Smart Home App auch Geräte schalten, wie hier zum Beispiel die Lampe, die sich hinter mir befindet. Die habe ich aber eine Schaltsteckdose mit Smart Home verbunden. Oder auch im Garten hinten die bunte Beleuchtung. Und das Ganze kann ich hier nochmal an meiner Außenkamera überprüfen. Man sieht jetzt hier, dass diese Kugelleuchten angegangen sind. Wie gesagt, das alles lässt sich mit Smart Home realisieren. Auch Rauchmelder, Bewegungsmelder. Also hier, Rauchmelder Küche ist funktionsbereit und hat keinen Alarm. In der Küche ist das Fenster zu. Und viele weitere Funktionen lassen sich mit dieser App über das Telekom Puls bedienen. Neben den vielen gezeigten Funktionen gibt es natürlich auch zahlreiche weitere Möglichkeiten. Hier zum Beispiel die Facebook App oder eine Nachrichten App, die mir aktuelle Newsmeldungen anzeigt. Hier das Wetter, wenn ich da draufgehe, wird letztlich eine Webbräuse geöffnet, mit dem ich auch alles andere im Internet machen kann. Ich kann da surfen, kann hier verschiedene Register aufmachen. Ich kann hier nochmal durchblättern. Ganz spannend auch, wenn Sie Kinder im Haushalt haben, ist der Kindermodus. Da kann ich einmalig eine PIN festlegen und dann definieren, was die Kinder machen dürfen, wenn ich denen das Tablet zur Hand gebe. Verschiedene Telekom-Apps wie Kundencenter, Online-Manager, DSL-Hilfe. Wenn es mal Probleme mit Ihrem Anschluss gibt, wird da vielleicht eine Lösung für Sie gefunden. Dann hier noch Shopping-Apps, Amazon, Ebay, Spotify zum Musik hören. Und hier auch noch die Familien-Apps. Zum Beispiel hier ein auf Kinder ausgerechnetes Bedienoberfläche. Das Ganze im kindlichen Design mit verschiedenen Funktionen, was die Kinder nutzen können. Fazit, das Telekom-Puls ist letztlich für die gesamte Familie geeignet, egal ob für jung oder für alt. Das Gerät gibt es günstig zum Magenta-Zuhause-Tarif zu bestellen, auch für Bestandskunden. Zu preisen finden Sie Infos auf unserer Webseite. Vielen Dank.